hallo und herzlich willkommen zu einer folge GTA 5 online und heute zeige ich euch mal wie ihr die pogo maske erst bekommen könnt oder rang 100 zu sein es wird dadurch mehr kosten aber es ist relativ einfach auch und eigentlich genial es geht seit den smugglers one nämlich und zwar gibt es jetzt so outfits hier bei der kassiererin fliegeanzüge und dann den in allerletzten nämlich den pogo fliegeanzug kaufen wenn ihr das nicht gemacht habt seht ihr das ist der einzige mit der maske erstens und dann kriegt ihr nämlich auch schon die pogo maske in eurem inventar in euer kleiderschrank überall eben und ihr habt eben auch dieses outfits und ihr müsst nicht rang 100 dafür sein das ist der vorteil ja gut also ich hoffe das video hat euch weitergeholfen ja viel spaß beim ausprobieren und ciao